Heute befinde ich mich im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Wir werden uns nämlich zwei Folgen lang mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigen. Allerdings nicht mit dem Krieg an sich, sondern mit den Ursachen, die zu ihm geführt hatten. Heute geht es auch nicht um die unmittelbaren Anlässe wie die Balkankriege und die Ermordung des österreichischen Thronfolgers, sondern um die eigentlichen und tiefer liegenden Ursachen. Das heißt die politischen, wirtschaftlichen, maritimen und kolonialen Rivalitäten zwischen den europäischen Nationen. Anfang des 20. Jahrhunderts beherrschten die europäischen Mächte einen großen Teil der Welt, was nicht zuletzt auch auf ihrem Bevölkerungsreichtum beruhte. Denn die Einwohnerzahl Europas, Russland mit eingerechnet, hatte sich von 195 Millionen im Jahr 1800 auf 422 Millionen im Jahr 1900 mehr als verdoppelt. 1914 lebten in Europa etwa 450 Millionen Menschen, ein Viertel der Weltbevölkerung. Der Bevölkerungsdruck war so groß, dass etwa 60 Millionen Menschen zwischen 1820 und 1914 auswanderten. Vor allem in die Vereinigten Staaten, aber auch ins übrige Amerika und in die Kolonien. Dazu kam die wirtschaftliche Vormachtstellung Europas mit 88 Prozent des weltweit investierten Kapitals und 80 Prozent der weltweit gehandelten Güter. Europa und die USA lieferten 85 Prozent der weltweiten industriellen Produktion und hatten das Monopol der Stahlherstellung. Die Industrielle Revolution hatte Europa im 19. Jahrhundert einen Vorsprung in finanzieller, technologischer und wirtschaftlicher Hinsicht verschafft. Es war zugleich Fabrik und Bank der Welt und herrschte über den Welthandel. Um die Fabriken und die Wirtschaft am Laufen zu halten, brauchte es allerdings Rohstoffe und Märkte für seine Waren. So trugen das Bevölkerungswachstum und die wirtschaftlichen Bedürfnisse zum dritten Aspekt der europäischen Vormacht bei, der politischen. 1914 waren die europäischen Großmächte nach 40 Jahren kolonialer Expansion überall auf der Welt präsent, insbesondere in Afrika und Asien. Der Kolonialbesitz Großbritanniens und Frankreichs war am größten Und mit dem des Deutschen Reiches, Portugals, Belgiens, Italiens, Spaniens, der Niederlande und Dänemarks umfassten die europäischen Kolonien etwa die Hälfte der Erdoberfläche. Diese aufschlussreiche Karte wollen wir uns ein wenig länger ansehen. Die europäischen Mächte hatten ihre Wirtschaftssysteme exportiert und für deren Unterhalt Menschen, Anbaumethoden, Juristen sowie natürlich Missionare und Soldaten. Europa war also die vorherrschende Macht, aber eben nicht eine Macht. Im Gegenteil, Europa war vielfältig und gespalten. 1914 lebten 140 Millionen Menschen in Russland, 63 Millionen im Deutschen Reich, 50 Millionen in Österreich-Ungarn, 46 Millionen in Großbritannien, 40 Millionen in Frankreich, 36 Millionen in Italien und 19 Millionen im Osmanischen Reich. Mancherorts gab das Anlass zur Sorge. In Frankreich war man wegen der hohen Einwohnerzahl Deutschlands beunruhigt. Und es gab Bruchlinien in Europa, wie zum Beispiel zwischen den großen Industrieregionen und dem Rest Europas, der landwirtschaftlich geprägt war. Aber auch die industrialisierten Regionen waren unterschiedlich entwickelt und standen in Konkurrenz zueinander. Großbritannien zum Beispiel, Mutterland der industriellen Revolution, lieferte 14 Prozent der weltweiten Industrieproduktion. Aber das Deutsche Reich lieferte bereits 15,7 Prozent. Denn dort war die Industrie jünger und sie verfügte über dichter beieinanderliegende und leistungsstärkere Anlagen. Frankreich wiederum war weit abgeschlagen. Außerdem verstärkten schnellere Produktionsverfahren und kürzere Produktionszyklen die Konkurrenz zusätzlich. Dazu kam ein weiterer Unterschied. Manche Staaten gab es seit langer Zeit, wie Frankreich, Großbritannien und Russland. Andere waren erst viel später entstanden. Das Königreich Italien war 1861 ausgerufen worden. Das Deutsche Reich war 1871 durch den Zusammenschluss Preußens mit den anderen deutschen Staaten entstanden. Und die Donaumonarchie war 1867 aus der Vereinigung Österreichs mit Ungarn hervorgegangen. Diesen Vielvölkerstaat wollen wir uns ein wenig genauer ansehen. Dort machten Deutsche und Ungarn jeweils 24 und 20 Prozent der Bevölkerung aus, also zusammen 44 Prozent. Die slawischen Volksgruppen machten zusammen 45 Prozent aus. Und dazu kamen Rumänen und Italiener. Deutsche und Ungarn übten jedoch einen übergroßen politischen und wirtschaftlichen Einfluss auf die anderen Volksgruppen aus. Deshalb wurde das Habsburger Reich immer häufiger durch Unabhängigkeitsforderungen nationaler, vor allem slawischer Minderheiten erschüttert. Ähnliches galt für den italienischen Eridentismus in Südtirol, Julisch-Venezien und Dalmatien. Denn in Italien strebte eine machtvolle panitalienische Bewegung die Eingliederung aller, auch nur teilweise italienischsprachigen Gebiete an. Das russische Reich wiederum verfolgte eine Politik der Russifizierung der nicht-russischsprachigen Bevölkerung aus Rumänen, Ukrainern, Polen, Balten, Finnen, Armeniern, muslimischen Volksgruppen und Juden. Und die widersetzten sich der Russifizierung. Die russische Außenpolitik war mehr und mehr vom Pan-Slawismus geprägt, dem Bestreben, alle slawischen Völker, vor allem die der Balkan-Halbinsel, zu vereinen. Damit kommen wir zum Osmanischen Reich, dem kranken Mann am Bosporus, wie es damals hieß, das vor dem Krieg ebenfalls eine wichtige Rolle spielte. Das Osmanische Reich hatte 1914 diese Ausdehnung und war seit Mitte des 19. Jahrhunderts erheblich geschrumpft. Denn es hatte zahlreiche Gebiete verloren, vor allem in Nordafrika und auf der arabischen Halbinsel. Ebenso die meisten Besitzungen auf der Balkan-Halbinsel, wo ihm nur Ost-Trakien geblieben war. Und für diese Gebiete interessierten sich sowohl Österreich-Ungarn als auch die serbischen und griechischen Nationalisten, aber auch die Kolonialstaaten Italien, Frankreich und Großbritannien, die an einer Schwächung der Osmanen im Vorderen Orient interessiert waren. Ebenfalls zu Spannungen in Europa führte die Frage nach der Kontrolle über die Meere und Meerengen. Denn der Bosporus und die Dardanellen zwischen Schwarzem Meer und Mittelmeer wurden vom Osmanischen Reich kontrolliert. Russland, für den diese Meerengen den einzigen Zugang zum Mittelmeer darstellten und dessen Schwarzmeerflotte auf der Krim stationiert war, forderte ihre Internationalisierung, das heißt das Recht auf freie Durchfahrt in Friedens- und in Kriegszeiten für Handels- und Kriegsschiffe aller Nationen. Dadurch wollte es sich vor Angriffen aus dem Mittelmeer und aus dem Schwarzen Meer schützen können. Großbritannien allerdings widersetzte sich dem russischen Ansinnen, denn es befürchtete ein Auftauchen der russischen Flotte im Mittelmeer. Und in Wien fürchtete man, dass Russland die österreichischen Interessen auf dem Balkan durchkreuzen könnte. Dazu stritten sich Großbritannien und das Deutsche Reich wegen des Suezkanals zwischen Mittelmeer und Rotem Meer. Dieser galt zwar seit 1888 als neutrale Zone, aber Großbritannien, das die größte Handelsflotte der Welt besaß, wollte die Kontrolle über den neu entstandenen Seeweg nach Asien nicht aufgeben. Das Deutsche Reich wiederum wollte durch den Bau einer Kriegsflotte ebenfalls seine Versorgungswege sichern. In Afrika hatten sich Großbritannien, Frankreich, das Deutsche Reich und weitere Länder zuvor um die letzten, noch nicht kolonialisierten Gebiete gestritten. Das Deutsche Reich war lange Zeit außen vor geblieben und hatte 1884 zu einer Konferenz nach Berlin eingeladen, auf der über die Aufteilung Afrikas debattiert wurde. Das Deutsche Reich hatte 1914 mehrere Kolonien, nachdem es sich Großbritannien im südlichen und im östlichen Afrika und Frankreich in Marokko widersetzt hatte. Dort hatte das zu zwei Krisen geführt, 1905 in Tanger und 1911 in Agadir, worauf wir in der kommenden Folge näher eingehen werden. Kehren wir zum Schluss nach Europa zurück. Dort wirkte der deutsch-französische Krieg von 1870 nach, am Ende dessen Napoleon III. in Sedan gefangen genommen worden war. Der Krieg hatte zur Ausrufung des Deutschen Kaiserreiches in Versailles und zur Annexion Elsass-Lothringens durch das Deutsche Reich geführt. In Frankreich führte das zum Revanchismus, mit dem Ziel einer Rückeroberung der verlorenen Provinzen. Das Deutsche Reich seinerseits näherte sich ab 1873 dem ehemaligen Gegner Österreich an, um den Wiedereroberungsplänen des französischen Generalstabs zuvor zu kommen. Hier sieht man die beiden Kaiser Franz Josef und Wilhelm II. Ein typisches Beispiel für sowohl tiefer liegende als auch direktere Ursachen für den Ersten Weltkrieg war die Dreifuss-Affäre. 1894 wurde der französische Hauptmann jüdischer Abstammung, Alfred Dreyfus, wegen angeblichen Verrats militärischer Geheimnisse an das Deutsche Reich verurteilt. Das spaltete die französische Gesellschaft in einem Umfeld aus Antisemitismus und Hass auf das Deutsche Reich. Damals bildete sich in ganz Europa eine volkstümliche Kriegskultur heraus, wie auf diesen Postkarten aus Frankreich und Deutschland zu sehen ist. Verstärkt wurde diese noch durch entsprechende Lehrprogramme, den Krieg verherrlichende Bücher und Kriegsspielzeug, insgesamt also durch eine beginnende Brutalisierung der europäischen Gesellschaften. Es herrschte gewissermaßen ein aggressives Klima im Europa des beginnenden 20. Jahrhunderts. Und in Frankreich sah man gegenüber dem Deutschen Reich auf Revanche für die Niederlage im deutsch-französischen Krieg und den Verlust Elsass-Lothringens. In der nächsten Folge geht es um die Machtverhältnisse in den Jahren 1912-13, den Jahren unmittelbar vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Heute befinde ich mich im Deutschen Historischen Museum in Berlin zu einer zweiten Folge unserer Sendung über den Ersten Weltkrieg. Genauer gesagt über die Ursachen, die zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges führten. Eine dieser Ursachen war die starke politische, wirtschaftliche, maritime und koloniale Rivalität zwischen den europäischen Nationen. Heute werden wir sehen, wie daraus ein System aus Verteidigungsbündnissen entstand. Das ist Europa im Jahr 1871, nach dem Sieg Preußens über Frankreich und der Ausrufung des Deutschen Reiches im Spiegelsaal von Versailles. Frankreich hatte Elsass-Lothringen verloren und der deutsche Reichskanzler Bismarck versuchte den neuen Staat vor dem französischen Revanchismus, unter anderem durch die Annäherung an den ehemaligen Gegner Österreich zu schützen. 1873 schloss das Deutsche Reich das sogenannte Drei-Kaiser-Abkommen mit Österreich-Ungarn und Russland. 1882 entstand ein neues Bündnis, diesmal mit Italien, aber ohne Russland. Denn die Ambitionen und Aktivitäten des Zarenreiches auf der Balkan-Halbinsel sowie seine Ansprüche auf die türkischen Meerengen standen den Interessen Wiens entgegen. Die Haltung Italiens in diesem Drei-Bund war ambivalent. Denn die Regierung in Rom forderte von Wien die Übergabe der italienisch-sprachigen Gebiete Südtirol, Julisch-Venezien und Dalmatien. Außerdem war Italien finanziell von Frankreich abhängig, da 60 Prozent der italienischen Anleihen an der Pariser Börse gehandelt wurden. 1902 verpflichtete sich Italien in einem Geheimabkommen für den Fall eines deutschen Angriffs auf Frankreich zur Neutralität. Und als 1914 der Krieg ausbrach, verhielt sich Italien zumindest vorläufig neutral. Als Reaktion auf den Drei-Bund entstand ein gegnerisches Bündnis. 1907 entstand die Triple Entente aus der britisch-französischen Entente Cordiale, der sich nun das russische Reich anschloss. Denn in London sorgte die geplante deutsche Hochseeflotte von Admiral von Tirpitz für Unruhe. Zu Kriegsbeginn verfügte Großbritannien über 31 Schlachtschiffe vom Typ Dreadnought, deren Feuerkraft die anderer Kriegsschiffe übertraf. Deutschland besaß 20, Frankreich 7, Österreich-Ungarn 4 und Russland ebenfalls 4. Diese beiden Bündnissysteme standen sich also 1914 in Europa gegenüber. Der Drei-Bund und das Osmanische Reich, das mit Deutschland verbündet und finanziell von ihm abhängig war, sowie Rumänien und Bulgarien, die sich durch die russischen Ansprüche auf die türkischen Meerengen bedroht fühlten. Und die Triplante Tant, der sich Serbien anschloss, ein slavischer Staat unter dem Schutz des russischen Reiches. Zu dieser Bündniskonstellation kam ein Rüstungswettlauf. Zwischen 1870 und 1914 nahmen die Militärausgaben der europäischen Mächte um 300% zu. Zu Kriegsbeginn im August 1914 betrug die Zahl der Soldaten und Reservisten der Triplante etwa 11 Millionen und des Drei-Bunds etwa 9 Millionen. In Frankreich und in Deutschland wurden Strategiepläne erarbeitet. Auf deutscher Seite ging der Schliefenplan von 1905, der bis 1914 überarbeitet wurde, davon aus, dass die Mobilmachung Russlands aufgrund der Größe des Landes und mangelnder Verkehrsinfrastrukturen sehr lange dauern würde. Deshalb sollte das Gros der deutschen Truppen schnell Frankreich besiegen. Und zwar unter Verletzung der Neutralität Belgiens und Luxemburgs. Man wollte die französische Armee schnell ausschalten, um anschließend Russland angreifen zu können. Demgegenüber sah in Frankreich der Plan 17 von 1913 vor, dass die französischen Truppen im Osten einen deutschen Vormarsch aufhalten und Elsass-Lothringen zurückerobern sollten. Man ging von einem schnellen Angriff Deutschlands gegen Russland aus und zog eine Verletzung der Neutralität Belgiens durch Deutschland nicht in Erwägung. Die Vorbereitungen zur Umsetzung der Pläne liefen an, während sich die Spannungen zwischen Frankreich und Deutschland durch den Streit um die Kolonien verschärften, unter anderem wegen Marokko. 1905 stand das Sultanat Marokko als eines der letzten Gebiete Nordafrikas noch nicht unter europäischer Herrschaft und Frankreich wollte dort ein Protektorat errichten. Das Deutsche Reich aber wollte den marokkanischen Markt und die damit verbundenen Handels- und Zollvorteile nicht aufgeben und eigene koloniale Interessen durchsetzen. Das führte zu einer ersten Krise, als Wilhelm II. Tanga besufte und Sultan Abdel-Assis gegenüber erklärte, dass Marokko frei und unabhängig bleiben müsse und er zum Krieg bereit wäre, wenn Frankreich nicht auf seine Pläne verzichten sollte. Zu einer zweiten Krise kam es 1911, als Deutschland das Kanonenboot Panther nach Agadir entsandte. Nach langen Verhandlungen zwischen Frankreich und Deutschland schloss man eine Vereinbarung. Das Deutsche Reich akzeptierte die französischen Ansprüche auf Marokko. Im Gegenzug überließ ihm Frankreich einen Teil Äquatorialafrikas, das sogenannte Neukamerun. 1912 wurde das Protektorat französisch Marokko schließlich errichtet. Die europäischen Ansprüche auf Marokko sind ein typisches Beispiel für die damaligen Konflikte. Als der Krieg kurze Zeit später ausbrach, geschah das allerdings nicht aufgrund kolonialer Streitigkeiten, sondern aufgrund der Balkankrise. 1911 sah die Lage auf dem Balkan so aus. Der Süden gehörte zum Osmanischen Reich, außer Griechenland, das seine Unabhängigkeit 1830 erlangt hatte. Serbien war seit 1882 unabhängig, Bulgarien seit 1908, Montenegro seit 1910 und Österreich hatte Bosnien und die Herzegowina 1908 annektiert. Auf der Balkanhalbinsel nahmen der Streit und die Konflikte zwischen ethnischen Minderheiten immer mehr zu. Dazu kam der Machtkampf, den sich Russland und Österreich-Ungarn in der Region lieferten. Bulgarien, Serbien, Griechenland und Montenegro schlossen sich zusammen, um Mazedonien dem Osmanischen Reich zu entreißen, das heißt seine letzten europäischen Besitzungen. Das mündete in den Ersten Balkankrieg, der im Oktober 1912 ausbrach. Im Mai 1913, am Ende des Krieges, wurden die Grenzen zwar nicht offiziell festgelegt, aber man erkennt die Gebietsgewinne der siegreichen Staaten. Außerdem wurde ein neues Land geschaffen, in Albanien, dessen Gebiet allerdings von Montenegro, Serbien und Griechenland besetzt war. Insgesamt verlor das Osmanische Reich den größten Teil seiner europäischen Gebiete. Aber die Aufteilung zwischen den Siegern erwies sich als schwierig, insbesondere die Mazedoniens, das von dem sich benachteiligt fühlenden Bulgarien beansprucht wurde. Daraufhin brach im Juni 1913 der Zweite Balkankrieg aus, in dem diesmal Bulgarien seinen einstigen Bündnispartnern Serbien und Griechenland sowie Rumänien und dem Osmanischen Reich gegenüberstand. Im August 1913 war der Krieg mit diesen Gebietsgewinnen beendet. Das besiegte Bulgarien musste Griechenland und Serbien einen Großteil Mazedoniens überlassen. Serbien war somit aus beiden Balkankriegen siegreich hervorgegangen und stieg zur wichtigsten Regionalmacht im Balkanraum auf. Um es zusammenzufassen, was natürlich fast unmöglich ist, es gab Konflikte zwischen neuen Staaten und Konflikte zwischen untergehenden Reichen, Minderheitenkonflikte und nationalistische Bestrebungen. Und auf dem Balkan kamen alle diese unbeherrschbaren Spannungsfaktoren zusammen. In diesem Umfeld kam es dann in Sarajevo am 28. Juni 1914 zu einem Attentat, dessen Motiv auf all diesen Spannungsfaktoren beruhte. Der österreichische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand wurde zusammen mit seiner Frau von einem bosnischen Serben erschossen, der für die Unabhängigkeit Bosniens kämpfte. Österreich-Ungarn machte Serbien dafür verantwortlich und stellte dem Land mit der Rückendeckung durch das Deutsche Reich ein Ultimatum, zu dessen zehn Forderungen die Teilnahme von Österreichern an der Aufklärung des Attentats gehörte. In Belgrad empfand man das als eine Einmischung in die Angelegenheiten Serbiens und wies das Ultimatum zurück. Am 28. Juli erklärte Österreich-Ungarn Serbien den Krieg. Am 30. Juli erklärte Russland, das mit Serbien verbündet war, Österreich-Ungarn den Krieg. Und nun begann der Mechanismus der Bündnissysteme Triplandant und Dreibund. Am 1. August erklärte Deutschland-Russland den Krieg. Frankreich, wo am 31. Juli der Pazifist Jean Jaurès von einem Geistesgestörten ermordet worden war, ordnete die Mobilbachung zur Verteidigung Russlands an. Am 3. August erklärte Deutschland-Frankreich den Krieg und verletzte gemäß dem Schliefenplan die Neutralität Belgiens. Das war ein Casus belli für Großbritannien, das Deutschland am 4. August den Krieg erklärte. Der Erste Weltkrieg hatte begonnen. Der Erste Weltkrieg führte zur Entstehung der Ersten Parlamentarischen Republik in Deutschland, nach der Ankunft Lenins in Moskau zur Gründung der ODSSR und zur Entstehung der beiden totalitären Diktaturen, dem Stalinismus und dem Nationalsozialismus. Übrigens sind Veranstaltungen zum Gedenken an den Ersten Weltkrieg in Frankreich sehr viel mehr verbreitet als in Deutschland. Hier scheint man auch heute noch mehr darüber nachzudenken, welchen Schaden der Nationalsozialismus in Deutschland und Europa angerichtet hat, als sich verpflichtet zu fühlen, sich mit dem Ersten Weltkrieg zu befassen. Da das Jahr 2014 ein Jubiläum darstellt, und zwar für den Beginn des Ersten Weltkrieges, soll hier eine Playlist entstehen mit Beiträgen zu dem Thema. Diese Playlist wird beginnen mit zwei Folgen der Serie mit offenen Karten vom Sender Arte. In diesen beiden Folgen ging es um die Ursachen und Hintergründe des Ersten Weltkrieges sowie des Beginns des Ersten Weltkrieges. Eigentlich könnte man sagen, dass hier sehr differenzierend mit dem Thema umgegangen wird. Es gilt aber auch hier den Grundsatz anzuerkennen, wer nur einen Teil der Wahrheit erzählt und diese als ganze Wahrheit darstellt, der lügt. Ganz so scharf will ich das nicht formulieren und deshalb dieses Video, wo einfach mal der Beginn des Ersten Weltkrieges dargestellt wird, anhand der Pläne, die dafür vorlagen. Denn auch in diesen Folgen von Arte wird auf den Schliefenplan verwiesen, was ja der Angriffsplan der deutschen Armeen war, auf Frankreich. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Militär hat insgesamt immer mehrere Pläne und das zeigen die französischen Pläne, die eben für die Eröffnung eines Krieges gegen Deutschland zeigt. Hier gab es auch nicht nur einen Plan und genauso gab es nicht nur einen Schliefenplan auf der deutschen Seite. Das ist nämlich sehr ungeschickt, wenn man nur einen Plan hat, also Plan A und dann funktioniert er nicht und dann hat man keinen anderen Plan. Das ist sehr, sehr ungeschickt. Militär macht sowas nicht. Die haben immer noch einen Plan B, C und D. Diese Pläne des französischen Militärs sprechen Bände. Bis 1903, bis zum Plan 15 war es noch eher ein defensiver Charakter, der in diesen Plänen vorgesehen war. Ab Mai 1909 mit dem Plan 16 ist ein Angriffsplan Angriffsplan gegen das Reich vorgesehen gewesen. Und zwar vom Südwesten her, also von Deutschland aus gesehen, sollte die französische Armee mit Masse versuchen, in die Mitte des Reiches vorzustoßen. Es geht ganz klar aus diesem Plan hervor, aus dem Plan 16, dass man bereits auf die Triple Entente sich stützte. Das heißt, dass Großbritannien voll mit einbezogen wurde. Großbritannien sollte eben von Belgien aus, Belgien ist nur ein Aufmarschgebiet für britische Truppen gewesen von Anfang an. Großbritannien wollte dann eben mit den Truppen, die dann dort angelandet werden, in Richtung Ruhrgebiet vorstoßen. Im Osten sollte dann Russland mit seiner 16-Millionen-Mann-Armee das Reich vom Osten aufrollen. So sah die militärische Planung der französischen, der britischen und der russischen Armee aus 1909. 1914 kam es dann zu diesem Einsatz. Und zwar genau so. Und der Schliefenplan ist lediglich eine Reaktion darauf. Man musste die Kanalküste erreichen, damit die Briten gar nicht erst anlanden können. Und am besten diese Bewegung ausnutzend die französische Armee einkesseln. Der Schliefenplan ist demzufolge nichts anderes als die bestmögliche Reaktion auf diese französisch- britisch-russische Aktion. Es ist also nichts anderes als ein Gegenschlag. Ein anderer Fehler, der stets gemacht wird und als Wahrheit dargestellt wird, ist die Neutralität Belgiens und Luxemburgs. Belgien ist nur entstanden, weil Großbritannien seine Splendid Isolation, die glückliche Isolation, genießen wollte nach den napoleonischen Kriegen. Seinerzeit kristallisierten sich vier Punkte für die Grundlage des britischen Weltreiches heraus. Nämlich, das ist der erste Punkt, der betrifft gleich Belgien, nie wieder sollte es passieren, dass eine europäische Großmacht die Masse der europäischen Küsten besitzen sollte. Und deswegen, aufgrund der Nähe über den Ärmelkanal, kam Belgien in Frage, überhaupt entstehen zu können, denn es gibt keinen historischen Staat Belgien, den gab es nie vorher, der ist erst 1832 oder so entstanden, und die Garantiemacht war von Anfang an Großbritannien. Noch kurz zu den drei anderen Punkten der britischen Außenpolitik, der Splendid Isolation. Man wollte Afrika von Nord nach Süd besitzen, die Russen sollten den Bosporus nicht bekommen, und man wolle eine doppelt so große Flotte haben, wie die nächstgrößere, um auf der sicheren Seite zu sein. Im Falle Luxemburgs ist der Fall sehr klar, Luxemburg konnte nicht neutral sein, das hatte mit dem Londoner Vertrag von 1867 zu tun, also der Londoner Konferenz von 1867. Im Vorfeld hatte Napoleon III. der Kaiser Frankreichs versucht, da er es mit kriegerischen Mitteln nicht gelangen oder gelingen konnte, Belgien und Luxemburg zu kaufen. Frankreich hatte einen unbändigen Gelände Hunger seiner Zeit, sie hatten schon das Kaiserreich Vietnam vereinnahmt, Algerien und so weiter und so fort. In Mexiko wollten sie selbst ein Kaiserreich errichten, das scheiterte und auch im Westen wollte man eben Land hinzugewinnen. Es wurde schon angemerkt, da das mit kriegerischen Mitteln nicht möglich war, versuchte man es zu kaufen. Belgien und Luxemburg. Luxemburg war allerdings Bundesgebiet und Luxemburg war eine der wichtigsten Bundesfestungen und besetzt mit einer preußischen Garnison. Garnison. Ergebnis dieser Londoner Konferenz von 1867 war, dass die Preußen innerhalb von 16 Jahren Luxemburg verlassen würden und Luxemburg dann neutral würde. Die Garantiemächte Luxemburgs waren dann unter anderem Preußen und Großbritannien. Großbritannien hatte allerdings Preußen den Krieg erklärt bzw. dem Reich und somit ist der Vertrag hinfällig. Im Verlauf der Erstellung dieser Playlist werden bestimmt noch viele weitere Punkte hinzukommen dann gibt es eben wieder Videos in dieser Form und bis hierhin erstmal ich wünsche euch alles Gute und gehabt euch wohl und Vielen Dank. Vielen Dank.